Liebe Fußballfans, ich darf Sie herzlich zu dieser Partie im Stadion an der Alten Försterei begrüßen. Willkommen zu unserem heutigen Spiel. Wolf Fuss und Frank Buschmann werden Sie durch das heutige Spiel begleiten. Wir freuen uns heute auf ein spannendes Spiel. Union Berlin gegen Inter Mailand. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Frederic Renaud ist im Tor. Robby Knoche spielt mit Diogo Leyte in der Verteidigung. Und heute starten sie hier mit zwei Stürmern. Es wird darauf ankommen, dass sie die Laufwege gut abstimmen, sich nicht im Weg stehen. Hier haben wir die Aufstellung von Inter Mailand. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Matteo Darmian spielt mit Alessandro Bastoni in der Abwehr. Nicolo Barrella steht gemeinsam mit Hakan Chaladolu in der Mitte. Und sie gehen mit zwei Stürmern in diese Partie. Auf die wird es heute natürlich ankommen. Die sollen die Tore machen. Gutes Technik. Setzt sich da gut ein. Ist das das Tor? Sie liegen vorne und schauen sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Thuram. Das könnte gefährlich werden. Vielleicht der Ausgleich. Ganz stark. Laut Taro Martinez. Großstens. Mach das da gut. Sehr guter Einsatz. Nur Mkhitaryan. Laut Taro Martinez. Viel mit Auge. Hätte mehr draus werden können. Vielleicht sogar müssen, aber es gibt Abstoß. Die Ogo Leite. Aronson. Gute Aktion jetzt. Der Ballverlust. Varela. Varela. Und das war die erste Hälfte. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Er ist bislang extrem unauffällig in diesem Spiel, kommt gar nicht zu Abschlüssen. Durchgang 2 hat begonnen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Varela. Duram. Lautaro Martinez. Das ist Martinez. Schöner Pass da. Varela. Geht er rein. Gute Chance, aber vereitelt. Macht er ganz sicher. Sie haben jetzt Platz auf außen. Di Marco. Chalanolu. Varela. Armball Marcus Thuram. Inter will den Ausgleich. Da ist die Ecke. Eine gute Gelegenheit. Und da kommen die Auswechslungen. Neue Spieler für beide Teams. Kann den Ball halten. Schön gehechtet. Macht das unheimlich sicher. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion. Das könnte die Gelegenheit geben. Inter, Meilat macht den Ausgleich. Alles ist hier wieder offen. Noch mal. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Aronson. Das ist großens. Aronson. Aronson. Diogo Leite. Kevin Vorland jetzt mit dem Ball. Er sucht die Chance. Macht er genau im richtigen Moment. Martinez. Chalanolu. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Der Angriff kommt. Können sie sich hier doch noch den Sieg holen. Ball ist erst mal raus. Super Parade. Robin Knoche. Aronson. Aronson. Vollans. Klasse Tickling. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Alessandro Bastoni. Das war Tines. Und das war's. Kein Sieger am Ende der 90 Minuten. Da contraire. Das war's.